Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zu Ultimate, äh, wie heißt das? Horse Chicken? Chicken Horse. Chicken Horse. Mit, äh, Raccoon. Hallo. 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 Let's get the party started! Wuhu! Party! Wenn ihr den ersten Part nicht gesehen habt, dann muss man auf jeden Fall rein. Oh, da ist ein Fragezeichen-Dings. Bums. Die Bumsie. Oh, ein Fragezeichen-Dings-Boom. Ein Fragezeichen-Dings-Boom. Was? Es kommt ja nicht hoch! Oh, da kommst du nicht durch. Was? Was? Sie schafft das auch noch! Oh, tschüss! Mit, tschüss! Ohne Mist, ich glaube echt, dass Lou anhat. Was? Was hab ich an? Das konntest du nicht schaffen. Klar! Genau, genau kalkuliert und dann ist sie da dran gegangen. Boah, was ist das denn? Was ist das denn? Ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch? Oh. Das ist eine Tür, die immer auf und zu geht. Oh Gott, nein. Tschüss, Leute. Ich gönne mir die Kiste. Alte Level. Ach, das ist doch ein Level. Ich hab alte Villa Level entdeckt. Es gibt doch mehr Level. Wo muss die holen? Das ist ja interessant. Oh, shit! Mann, schwarze Loch ist nicht größer. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Jawoll! Das war, das war Hex. 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 Direkt Anfang des Spiels. Hex. Hex. Jetzt gibt's ne Runde Staffel drauf. Hex. 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 Je responses. Oh, Goro! Oh Gott! Das wird nichts! Das.. oh. Was? Bisse. Biss. Was? Biss? Nope. Divine Runnerийatto. Das mit der Stuce war schwerer als Letzten Controller kann ich mir vorstellen gerade Dinger gehen auf wenn du draufstehst Ja, die gehen nicht wieder zu Wenn du drauf gehst, die gehen nicht wieder zu Jetzt schnell weiter Voila! Oh! 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 Ja! Wuhuuu! Tanz ab, das Pferd! Komm, das Pferd tanzt! Oh, come back! Oh, was ist das denn? Oh, nice Oh, das hätt ich gern gehabt Ich auch Hm Hm Geht doch mal jemand hier ins schwarze Loch Nee Ich weiß nicht, was passiert Hm Oh, was? Oh, God Ich komm da eh nicht vorbei an dem Pfff Die Tür ist grundsätzlich zu, wenn das Ding fliegt Ja, das ist... Das ist scheiße Ich hab sie versaut Ah! Oh shit! Dass man von da unten bis nach da oben einfach mal jumpen kann Das musst du blockieren mit einem Item Dann kannst du das nicht mal machen Ja, mach doch mal was Ja, mach doch mal was, ihr Arschputzis Oh, Underdog Oh, Underdog Oh, Underwaschbär Oh, was ist das denn? Oh, ich weiß, wo sie das hinfackt Genau, wo sie das hinfackt Au, kann sie vergessen Oh Oh, ist das gemein Alles klar Alles klar Nein Äh Äh Was? Warum da oben? Ach shit, warum hab ich da... Warum hab ich mir keinen Weg darüber gebaut? Oh, Gott Okay Oh 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 nein Ich dachte, das... Die Tür ist immer zu Ich dachte, das passt mit der Tür Ah Oh Oh Das ist scheiß scharf, ey Du bist die Ultimative, das Scharf Ultimative, das Scharf Lern mal deutsch erst mal Lern mal deutsch So, du hast noch ein Level oder... Ja, weiter hat er mir gesagt Aber wo ist es denn? Weiter oben, glaub ich Weiter oben Ach, guck mal Da Wird sogar angekündigt mit Neu Neu Kannst mal sehen Guck mal, ich verkack' ihr im Auswahlbildschirm, Alter Wow Kommst du mal, kommst du mal ran? Ja Kommt Nephias, kommt Nephias, stammt doch am Anfang Kommt Nephias Ja Könnt ihr auf Twitter sehen Oh Oh Was denn? Von unten links nach oben rechts Da Ha, aber man kann nicht runter... Also da kann man wahrscheinlich nicht der Stelle stehen Achso, ah, guck mal Was ist das für ein Knopf? Ja, was ist das für ein Knopf? Dann fällt das in der Mitte runter, oder? Das ist ein Fahrstuhl Ah Ha Oh mies, der wird erstmal blockiert, Alter Er packt den Teleporter dahin Ihr seid ja langweilig Ich will wissen, was da passiert Hallo 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 Fahrstuhl Das ist aber jetzt irgendwie Ich geh hier lang schneller Ah, ihr Verräter Ihr Verräter Was denn? Ich glaub nämlich, wir werden zerquetscht da dran Wir werden zerquetscht worden, glaub ich Da ist noch ein Knopf Ha Ein nasser Button Ha Ist doch gruselig hier die Musik Oh Jetzt nur einmal Was? Neko, wo konnte auch... Der hat ne... 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 Ich hab dich gesehen Äh... Ja, das war so unauffällig So laut wie Lu geschrien hat, war das total unaufhängig Okay, dann machen wir jetzt so... Boah, ne Todesrolle, ey Wer zu einmal durch den Teleporter geht, ist instant tot Oh, das hier ist super... Oh, was? Können wir nicht mehr durch Der doch unten, ja Ah, wobei hier ist das Ding ja auch noch Was? Wie soll das gehen? Goro... Goro... Was war das denn? Ja, was wollte ich jetzt mit dem Fahrstuhl? Ich weiß es nicht Ne, das... Ich glaube, es ist unmöglich geworden, das Level Ha Äh... Oh, oh, ich bin... Oh, ich bin ne Dorne Okay, warte mal Das geht bestimmt Das geht? Äh... Es ist nur... Aber nur Controller, ey Super Meat Boy Skills, komm Äh... Ne, das schafft er nicht, das schafft er nicht Tschüss! Ah... Guck mal, wir können uns ja jetzt was bauen, dass wir da hochkommen Kein Gewinner Kein Gewinner Kein Gewinner Die Musik ist auch ein bisschen strange Ja, die ist so gruselig Ich hätte gedacht, es nimmt einer die Bombe, aber... Jetzt macht er die Tür dahin, das ist doch... Jetzt musst du da durchspringen, wenn die Tür kommt Weißt du? Und dann feuert die Scheiße da hinten Oh Gott Nein! Oh, was? Ich bin gegen die Starren gerannt, Idiot Nein! Na ja, wer im Glashaus sitzt, ne? Oh, ich... Nur langsam... Dann fallen die langweiligen Plattformen, toll Wow! Was? Wir haben das ganze Level hier, weißt du? Wir machen... Wir blocken jetzt mal eine Hit Ich bin mal drogen jetzt Was auch noch zumachen hier? Nein! Ach so funktionieren die Jo, alles klar Ich renne da doch so schon immer rein Nein! Das hat auch noch funktioniert Das hat auch noch funktioniert Das ist der Level von 0 Punkten Oh... Oh... Goro Na, was denn? Ich bin ja immer am überlegen, wie ich das hier nochmal... Was springt Ängste weg? Mach zum ersten Mal Ne, ne, ne Ne! Nein, 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 nee Puhu... Keiner macht was Bitte was wahrscheinlich Wie er mit dem Pferd weggeht er hat dann weil er keinen Schaden bekommt Ach komm schon!!! Dieses Fass Ach, das Fass ist zu niedrig!!! Geht nicht, geht nicht Geht nichts Du musst dir halt einen besseren Weg suchen. Ja! Ist ja nicht alles zu! Hä, haben wir jetzt beide ne Bombe? Wir haben das Spiel gegenscht! Goro und ich haben genau zeitgleich geklickt und haben beide die Bombe bekommen. Allah! Fuck! Das Shit! Wie, da kann man nicht hoch? Scheiße! Okay, nice! Ah, er wird vom Faschenzer drauf! Oder warst du vorher schon tot? Nee, vom Faschenzer drauf! Oh, endlich Punkte! Oh, noch ein Teleporter! Ach, schön! Oh, du mit deinen Türen! Oh, das ist so... Alter! Wo kann das denn hin? Ja, weiß ich nicht! Aufm Boden, auf so'n Boden! Ja, genau so! Oh! What? Hüpp! Nein! Es funktioniert auch noch! Fuck! Nummer eins! Nummer zwei! Nummer zwei! Keine Gewinnerung! Das Spiel macht echt keine Freunde! Nee! Das ist wie Monopoly! Oh Gott! Oh, ist das gemein! Oh Gott! Oh, ist das gemein! Oh Gott! Nefi will einfach nur untenrum, ne? Ja, ich merk das schon! Ich mag's untenrum, verdammt! Ich mag's untenrum! Oh Gott! Wartest du jetzt bis die Tür aufgeht? Haaa! Wie mach ich das? Oh Mann! Ich dachte ich kann mich... Oh, das war knapp, Goro! Oh! Da oben ist halt echt die Tode! Ich dachte, wenn die oben auf dem Fahrstuhl stehen! Ja, aber da ist ja eh so'n Balken, der dich tötet, wenn du im Fahrstuhl stehst! Ja, aber ich dachte, ich könnte es halt ähm... Ich könnte es halt dodgen, dachte ich! Haha! Dodgen! Dogen! Was? Hm... Wann da... Wie unrecht alles voll ist! Halt, hier kommst du nicht lang! Ja... Finde ich doof da! Tja! Ist da jetzt aber... Was?! Ach! Nein! Ach, komm schon! Dorn! Dorn! Oh! Oh! Oh nein! Oh Mann! Diese Pfeilfalle! Warum schießt doch auch so oft dieses Ding! Doch zwei Runden! Oh Gott! Boah, dass das wenigstens mal nicht so einfach ging! Ja! Gott sei Dank! Das wäre ja langweilig! Boah! Oh, jetzt hat er die Pfeilfalle! Ich bin leider geblockt! Es ist trotzdem nicht leichter lang zu kommen! Nee! Hm... Scheiße! Das Klebezeug davor! Das Klebezeug davor! Wie Goro da so... Goro hat immer so ganz leicht auf D gedrückt so... Goro hat immer so ganz leicht auf D gedrückt so... Ich glaube, da bringt das Eis nichts an der Decke! Was?! Alter, ihr wollt auch nicht, dass einer geblieben ist! Nein! Alter, ist das glatt! Will ich hier lang? Aber... Guck, wie das Eis da langfährt! Richtig cool! Ah! Hing halt doch noch fester an dem Ding! Ich hab's geschafft! Was?! Du hast uns die Runde verloren! Ich wäre an der Tür hängen geblieben! Ich sag dir das! Du hast die Runde verloren! Hey! Ich hab mehr Punkte als du! Also... Jau! Ganz... Ganz kleine Brötchen wackeln hier! Pack dir gleich mal Brötchen ein! Ja, bitte! Ich hab Hunger! Haben wir jetzt irgendwo ein Fragezeichen? So, dass wir vielleicht noch einen Faden machen können? Nee, haben wir nicht! Schade! Nee! Gibt's nicht noch ein Level? Es gibt keine Plattform dafür, oder? Die werden später erst gebaut! Nee, nee! Die ist ja auch erst gebaut worden! Aber jetzt ist... Der Baum ist ja auch schon so zu Ende! Ja, dann müssen wir jetzt gleich nochmal ein neues Level suchen, wa? Okay! Ja, gucken wir mal! Wir werden jetzt auf einmal... Erstmal den Part! Das war's mit Ultimate Chicken Horse! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Party ist vorbei! Party ist vorbei! Tschüss! Party ist vorbei! Tschüss! 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 Tschüss!